Einen wunderschönen guten Morgen. Heute machen wir eine Wanderung hier zum Cape Kidnappers. Da gibt es so eine Vogelkolonie, die man sich anschauen kann. Und ja, das wollen wir jetzt machen. Und danach geht es weiter Richtung Lake Taupo. Wir waren jetzt eben bei den Garnett Kolonie und jetzt haben wir hier so ein verlassenes Bilde gefunden, das jetzt unbedingt nochmal drauf muss. So, jetzt haben wir hier einen Grill, eine Hütte, ein Telefon. Ja, komm, komm, komm. Ja, geil. Ja, ja. Ja. Ja.